ps3 ps3 oh mein leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und willkommen zu einem neuen video von mir begrüße euch wieder mal ganz herzlich zu einem neuen projekt von mir was heißt projekt zu einem neuen video green an heutlich heute der zombie modus spiele ich ja eigentlich nicht so oft und heute habe ich natürlich in diesem video ein kleines thema vorbereitet und zwar das thema ist hier ist playstation 4 von sony und zwar habe ich ja schon mal oft das video gemacht playstation 4 ich weiß dass montana black 88 ein 1000 abonnente youtuber geschrieben hat dass es sich die ps4 auf jeden fall holen wird wenn zum beispiel das neue color city rauskommt aber für mich ist das natürlich jetzt inzwischen noch kein thema erstens mal muss die ps4 rauskommen das ist meine meinung und ich habe ja gehört dass die ps4 irgendwas mit einem livestream unterstützen soll und eine aufnahmemöglichkeit bietet um selbst für die normalen leute ein let's play zu machen jetzt ist mir natürlich die frage wenn man aufnehmen kann ist das auch kommentiert oder nur unkommentiert sprich man kann man kann ja auf der ps4 wahrscheinlich ein gameplay machen aber man kann seine stimme nicht in dieses video vielleicht hinein pflanzen oder so wie man das so nennt und leute ich möchte euch nur mal ein bisschen aufklären dass die ps4 am anfang extrem teuer sein wird das war bei der ps3 auch so da hast du damals 600 euro bezahlt für die ps3 als sie ausgekommen ist 600 dollar und heute bezahlste lass mich lügen 240 dollar 200 dollar ich würde ganz ehrlich gesagt schon ein bisschen baden mit dem ding mit dem kauf der ps4 ein paar monate reicht schon wenigstens wenn die weihnachtszeit vorbei ist wenn der große ansturm weg ist sozusagen weil ihr wisst ja wenn viele leute etwas kaufen dann steigt natürlich der preis von etwas an weil es weniger davon gibt der einzigste was nicht davon betroffen ist sind die playstation spiele wenn die viel verkauft werden dann gibt es die platte platin edition und dort werden die spiele deutlich vergünstigt dann angeboten zum beispiel san andreas oder fargrade 2 für 20 euro oder spiele noch billiger die playstation 4 hat einen sehr schönen controller wie finde mit einem touchpad sieht ein bisschen aus wie ein ipad mini mit controller funktion also ein ps3 controller mit kleinem ipad das können wir jetzt schon mal ganz klar deuten das heißt wir müssen unseren kleinen klobigen finger benutzen unseren zocker finger um die ps4 zu benutzen ich weiß aber nicht was wir damit was wir damit steuern könnten aber ich hätte da schon eine idee mit was man für was das touchpad beim controller gedacht ist und zwar wenn man im menü ist kann man wahrscheinlich ein bisschen rüber scrollen also mit finger nach links und nach rechts und die ganzen sachen öffnen oder oder man kann irgendwas öffnen zum beispiel drücken sie x fällt da zum beispiel weg sondern drücken sie auf die touchfläche steht dann da das wäre ja mal eine geile sache ein schritt in die neue technologie wie die ps4 spiele aussehen weiß ich nur nicht ob die auch als cd dann sind ich habe da kein plan ich denke schon mal vielleicht gibt es dann so kleine so kleine chips oder so die man dann benutzen muss aber scheiß zombies und dann rein schieben muss man nicht also das spiel zu einmal oder zweimal müssen die mir nur kratzen da bin ich schon tot blöde sache blöde sache ja so sieht das auf jeden fall aus ich sage jetzt erst mal ciao bis zum nächsten mal euer youtube games kommen auf der playstation 3 update von der ps4